Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Saboteur. Ich befinde mich jetzt hier wieder bei der älteren Dame vom Widerstand. Mal sehen, was sie jetzt möchte. Man möchte meinen, es wäre schwierig, Europa zu unterwerfen mit einem Verrückten am Ruder. Aber trotzdem hat es dieser Irre in Berlin geschafft. Die Deutschen haben zwar unser Land, der Robert, aber nicht die Erzen und Seelen der Menschen. Wenn erst die Musik der Befreiung im Land ertönt, wird der Traum von Freiheit wieder erwachen. Haben Sie wieder Ihre Pillen abgesetzt, Oma? Die Deutschen haben den Louvre als Bühne missbraucht, um in der ganzen Stadt ihre Propaganda zu verbreiten. Wollen Sie, dass ich den Turm zerstöre? Wir haben genug von dieser Propaganda gehört, die unsere Luft verpestet. Es wird Zeit, dass wir andere Töne anschlagen, finden Sie nicht? Ich kann Ihnen nur zustimmen, Madame. Wird Zeit, dass denen jemand in den Arsch tritt. Na gut, dann auf zum Louvre. Ja, zehn Jahre Saboteur. Das ist unglaublich. Dieses Spiel fasziniert mich nach wie vor. Ich möchte aber ein anderes Fahrzeug, ein schnelleres. Nimm mal ja. Danke. Oh. Ich dachte, das geht sich aus. Hm. Das macht aber nichts. So, jetzt können wir ein bisschen hartzen, 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 durchhartzen. Okay, der steht da drinnen. Oh, da hat wohl jemand seinen Panzer vergessen. Er ist okay. Oh, gut. Ich halte sowieso nicht von der ewigen Schleicherei. Alter, der Panzer kann ja nicht mit drüber fahren. Oh, da hat wohl jemanden. 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 Okay, wir füßt Oh, das war ein wasch, das war ganz wasch Hier! 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 Oh Hier! 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 Oh Hier! Jetzt muss man dann wahrscheinlich nur noch entkommen Hier! Hier! Ah, ja! Alter! Alter! Ich glaub ich brauch dann eine Anleitung wo ich zum Hauptquartier komm. Ich würd das dann nehmen. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020